Söldner! Frisches Gemüse für deine Reise! Das saftigste in ganz Kefalinia! Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalinia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Kann ich verstehen. Warte. Kriusam. Meinst du, er könnte uns helfen? Ich glaube, er könnte. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien, Söldner? Ich habe von nichts Angst. Immerhin einer von uns. Ein sehr hungriger Schwimm zwischen uns und der Chance, Kefalinia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalinia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Ich weiß, wie es ist, wenn man Kefalinia verlassen will. Wer nicht? Hier gibt es nichts. So viel Gemüse, wie man will. Aber keine Hoffnung. Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Nun gut. Ich töte den Hai. Ja, spieß ihn auf. Du findest ihn tief in den Ruinen von Kranee im Süden. Also auf zum Tempel des Hais. Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen. Wie stimmt, wenn du denn das am evaporant ist? Auf einmal. Ich bin ein W slash 6. Das ist ein W Das war's für heute. 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 Das war's für heute.